Ich hab euch gesagt, ihr könnt Memes von meiner Glatze erstellen. Also wir haben sogar einen Discord-Server eröffnet und wir gucken uns die heute an, okay? Memes von meiner Glatze. Der hier, Hamed Goggins. Ist das dieser krasse Typ, der so richtig weit läuft und so? Ey, den Vergleich nehm ich. Den Vergleich nehm ich, Chad, der ist gut. Guter Vergleich. One Punch Man, Digga. Ich bin One Punch Man, weil ich ne Glatze hab. The Rock, ja, da seh ich ein paar, also jetzt nicht unbedingt die Glatze, aber so ein paar andere Ähnlichkeiten seh ich auf jeden Fall. Zum Beispiel, man sieht, die Hautfarbe ist genau gleich. Der Hautfarben-Ton passt. Bruder. Ist das Aryan Robben? Digga, ich bin auf einmal jeder, der ne Glatze hat, oder was? Aryan Robben. Ey, ich bin dieser Schiedsrichter, der ne Glatze hat. Ich bin, Digga, ihr packt mein Gesicht einfach auf irgendwelche Leute, die ne Glatze haben. Ich hätte ja sonst niemals gemusst, wer das ist. Ich bin safe, einfach dieser eine Schiri mit ne Glatze. Oh my God, The Rock. Kurdischer Johnny Sins. Ja, okay. Okay. Kurdischer Johnny Sins. Ich verstehe. Nein, das ist zu viel. Das ist zu viel. Mega mein, Bro. Ernsthaft? So groß ist meine Stirn auch nicht, okay? Kevin, Hamed, Marvin. Ich hab dieselbe Frisur wie Marvin, du. Ey, Bruder, ich hab erst mal geguckt, wo bin ich? Ich bin einfach alle. Ich bin alle, Digga. Er hat auf paar Lächeln drauf gemacht, auf paar nicht. Oh my God. Bruder, guck mal da. Selbst da bin ich. Nee. Na ja, da. Erste Person, wo ich gar nicht weiß, wer das sein sollte. Hamed Tate. Okay, jetzt haben wir, glaube ich, alles gesehen. Ah, Meister Loco. Nice. Cool. Zinedine Hamed. Digga, mit Z-Max, Digga. Oh my God. Na, das passt wenigstens. Dieser eine Glanzkopf, der der Froh einen Kuss gegeben hat. Oh, er schreibt auch noch Üst dazu. Nee. Bruder, das sieht echt scheiße aus. Was soll das? Shrek, okay. Nice. Mit Kodesamtflagge. Und FIFA 1, 20, warum auch immer. Geil. Hamed White? Bruder, ich bin original einfach jede Person geworden, die eine Glatze hat. Das ist wieder Johnny. Ronaldo? Nee, das passt nicht. Wobei, doch, er hatte eine Glatze, ey. Warte, warte. Christiane? Was? Wo bin ich da? Christiane, Bruder, das passt wirklich nicht. Das ist das Erste, was ich bei Kai. Bruder, ich kann nicht Kaiju sein. Kaiju ist ein Kind. Ich bin schon groß, Bruder. Ich bin schon groß und vier. Oh, das meinte ich damit nicht. Warte mal, gibt es nicht diese Theorie über Kaiju, dass er sogar krebskrank ist, Digga? Es gibt sogar... Warte mal kurz. Kaiju Theorie. Die Theorie über Zeichentrick. So, Kaiju Theorie. Kaiju leidet unter Krebs. Kaiju können wir uns sicher noch alle erinnern und einige Sachen würden wir heute etwas komisch finden. Wie kommt es zum Beispiel, dass Kaiju keine Haare hat, seine kleine Schwester Rosi dagegen schon und warum ist immer ein weißer Rand bei den Bildern zu sehen? Einer Theorie zufolge leidet der Junge unter Krebs und geht in der Geschichte durch eine Chemotherapie, weswegen seine Eltern auch immer so ruhig bleiben, da sie ihm das Leben so angenehm wie möglich machen wollen und Mitleid mit ihrem Sohn haben. Der weiße Rand könnte sich dann auch als Erinnerung auf das Leben erklären, die Kaiju am Ende seines kurzen Lebens hat. Es könnte aber auch deshalb sein, weil die Großmutter ihren Enkelkindern von einer tragischen Geschichte von Kaiju erzählt. Auf Edition Chouette wird dagegen betont, dass es sich dabei durchaus um ein gewünschtes Kind handelt und die fehlenden Haare nur dem Wiedererkennungswert dienen soll. Dennoch ist die Theorie durchaus plausibel, oder nicht? Das wird doch erklärt, warum Rosi von dieser Geschichte erzählt und Kaiju da gar nicht mehr so existiert, so ist ich meine. Als Hitman habe ich Familie gehört. Ah, ich bin Ben Diesel da. Ich verstehe. Roberto Carlos auch. Ja, okay, Digga. Wer ist das? Ist das Johnny Sin? Bruder, reich doch. Vegeta, das ist wenigstens cool. Mal keine Glatze. Ist das Kaiju mit Argentinien-Trikot? Oh, Mann. Das passt nicht mal. Kann nichts Hintergrund löschen wegen altes Handy. Nice. Geil ist, Bruder. Das war absolut. Du hast dafür gesorgt, dass du rausgekippt wirst aus dem Discount. Ja, das war so ein schlechter Beitrag. Ich habe so Schatten, Digga. Ich bin Eierkopf. Ich bin ein Hund sogar. Ich bin Eierkopf. Ich bin ein Ei. Ich bin der Ding. Hanti-Danti, Digga. Hanti-Danti bin ich. Das ist wirklich einer zu viel jetzt. Das ist zu viel. Wie soll ich mit dieser Glatze noch rumlaufen? Wenn man mir solche Vergleiche vorzeigt? Wenn man mir solche Vergleiche vorzeigt. Hanti-Danti. Was für Hanti-Danti? Wie sehe ich keinen Unterschied? Was laberst du? Was für ich sehe keinen Unterschied? Da sind auch Ähnlichkeiten. Ja. Aber da sind auch Unterschiede. Tut nicht so. Oh mein Gott, Bruder. Ihr habt mich doch komplett... Ey. Avatar? Ernsthaft? Hey Bruder, warum sollte Stewie Angst vor mir haben? Seid mal ehrlich. Komplett übertrieben. Ihr habt aus einem Kurden Erdogan gemacht. Ah Bruder, ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Wo bin ich Avatar, Bruder? Wir gehen jetzt in die TikToks, auf die ihr mich noch markiert habt. TikTok.com Ich habe mit Luka und Sammy verarscht. Nein, Bruder, guck mal. Wie Sammy mich auch seinen Dandan nimmt, Digga. Er postet es sogar auf dem Rappler auf dem offiziell TikTok. Und Domateski mit dem ersten Pramsam in seinem Leben, Bruder, ja? Sonst würde ich immer Danke sagen, aber jetzt... Nein, nicht Danke. Warum jetzt gerade das erste Mal, Bruder? Er will einfach nur sehen, wie scheiße aussehen, Digga. Damit er einen Screen macht und auf TikTok ein scheiß Profilbild mit dem Gesicht macht. Sammy hat da reagiert, okay, anders. Glorie Runde 2 wird groß, Digga. Hamed hat mich in den Stich gelassen, der wollte eigentlich heute vorbeikommen. Der wollte mich supporten, seinen Bruder supporten. Der hat mich gefickt, hat geschlafen bis jetzt. Dig traurig. Einmal gelogen. Ihr wisst nicht, was danach noch passiert ist, Jack. Oh nein, Bruder, jetzt kommt eine Lüge. Ich bin mal am Arsch, Digga. Glorie Runde 2 wird groß, Digga. Hamed hat mich in den Stich gelassen, der wollte eigentlich heute vorbeikommen. Der wollte mich supporten, seinen Bruder supporten. Er hat mich gefickt, hat geschlafen bis jetzt. Dig traurig, ich liebe den eigentlich. Du wisst nicht, was danach noch passiert ist, Jack, gell? Er schreibt mir so, Bruder, aber morgen 100% ich bin da. Loki, please, 14 Donate, 3 Euro. Ich dachte, das wäre sogar der Tag, wo ich meinte, ich komme. Da, an dem Tag konnte ich nicht mal. Nein, Bruder. Ich habe mich doch entschuldigt, Sammy, Bruder. Es tut mir doch leid, Digga. Nächstes Mal, wenn Rappler rüßt, dann komme ich, Bruder. Dann komme ich, okay? Oh, Bruder, Mann. Er ist so sauer auf mich. Digga, er hat das auf Ernst? Drei Wochen war er abgefuckt auf mich. Drei Wochen war er seit dem Urlaub der Gäste abgefuckt auf mich gewesen. Er ist erst hier jetzt auf der Gamescom. Siehst aus wie ein Nazi, das? Gefällt dir, die Aussage? Was zur Hölle? Ich habe mich ganz normal dort beworben, wie jeder andere auch, und ich wurde angenommen. Nur angenommen werden reicht wohl nicht, wenn Philo um die Ecke kommt. Aber von vorne. Es gab wohl doch Drama auf der Gamescom. Und zwar hat Philo dafür gesorgt, dass Cisco nicht in den Red Bull Creator Bereich auf der Gamescom kommt. Weißt du, wer sich beworben hat? Nee, wer? Cisco G. Scheiße, jetzt bin ich die Hose. Echt, jetzt? Ja. Bitte sag mir, er wurde nicht angenommen. Wurde er angenommen? Er wurde initial angenommen, dann habe ich den Namen gelesen und dann wurde er abgelehnt. Cisco hatte sich für die Red Bull Launch ganz normal beworben und Philo hat vermutlich dafür gesorgt, dass er nicht mehr rein darf. Ja, und am Mittwoch, erster Tag der Gamescom, kommt dann plötzlich eine E-Mail. Nee, Digi, du bist raus. Du bist einfach abgelehnt. Laut Cisco war der Auslöser sein Verhalten bei einem Rust-Event vor einem Jahr. Laut ihm habe er das Team von Philo fair besiegt. Es könnte aber noch einen anderen Grund geben. Aufgrund der Tatsache, dass sich in GTA RP Leute überfahre und sinnlos zusammenschläge. Wie findet ihr die Aktion von Philo? Schreibt es mal in die Kommentare. Das ist krass. Das ist krass. Das haben wir schon Statement dazu gemacht. Philo und wie sie da alle heißen. Ernst hat ein Drufk-Sticker mit einem GIFT-Sub. Nicht danke. Die haben 70 Subs voll gemacht, aber respektlose 70 Subs, weil ihr einfach nur sehen wollt, wie ich hier einen Pfeil habe. Das einzige Gute sind 11 Subs, 1500 Subs. Das ist das einzige Gute. Denken, die hatten auf der Gamescom was zu melden? Monte meldet sich zu dem Gamescom. Als auch Monte darauf reagiert hat. Das sind alles noch Kinder. Und ich hätte vermutlich auch in dem Alter vielleicht mich krass gefühlt, dass ich darüber die Macht habe. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, Philo sorgte dafür, dass Cisco nicht in den Red Bull Creator Bereich auf der Gamescom durfte. Philo hat damit geprahlt, dass er entscheidet, wer in die Red Bull Area darf und wer nicht. Und hat sich damit vor anderen Leuten profiliert. Das habe ich auch schon bei Twitter gepostet. Jemanden, den man nicht mag oder eine Diskrepanz hat, auf sein eigenes Event nicht einzuladen, ist völlig okay. Jemanden aber auf einer öffentlichen Veranstaltung Steine in den Weg zu legen, etc. ist ziemlich uncool. No camera. Ah, schön gesagt. Ohne Spaß, schön gesagt. Monte recht? Schreibt's in die Kommentare. Das ist ja nicht lache, Digga. Ihr kriegt alle Gamescom-Verbot. MXCKM10M10M10, Digga, danke für deinen Prime-Sub im Ersten. Was ein Zufall, Digga. Scheiß auf meine Ex, sie ruft mich heute an, Mann. Schlafe nie wegen Stream. LOL! Hat er mich erstellt oder ist es einfach irgendein random Charakter bei WWE? Hat er mich erstellt? Hamed gegen Rohat. Guck. Scheiß auf meine Ex, sie ruft mich heute an, Mann. Schlafe nie wegen Stream. Erstellt, LOL! Geld auf meine Mama, das ist klar, Mann. Warum habe ich Schlappen an? Hamed gegen Rohat. Er hat mich sogar passend mit Cap und so wie jetzt. Er hat ihn schon gut gemacht, Digga. Und Spaß. Und wie sieht Rohat aus? Hat er den Kampf auch? Zeig mal. Eligella trifft Ronaldo zum Ersten. Hamed gegen Rohat. Hat er... Gegen wen kämpft Rohat als nächstes? Schreibt es in die Kommentare. LOL! Rohat auch gut. Ja, Finesca und ich hab uns getroffen. Finesca meinte dann auch zu mir, löscht mal das, lass mal neu machen. Ich mein, es ist halt Smart, Digga. Wir pausen das jetzt. Es ist mir egal, Digga. Wir pausen das jetzt. Wir haben sogar ein Lied aufgenommen. Ich weiß nicht, ob wir das droppen oder ob wir nochmal neu machen. Ich war ja erst sehr spät drin und dann haben wir voll lange gebraucht, um den Beat rauszusuchen. Ich überlege, das nochmal neu zu machen, aber... Wie findet ihr den Beat, Schatz? Wie findet ihr den Beat? Es gibt Musik, das passiert nie. Leute, ich sehe Hamed Loko folgt mir und ich folge ihm noch nicht zurück. Deswegen, ich wollte mich nochmal entschuldigen. Und Leute, als Wiedergutmachung prank ich meinen Bruder. Wir brauchen ein bisschen aufpassen, der darf das nicht mitbekommen. Ey, Tana, kannst du Hamed Loko, weil der hat dir gerade ein Audio geschickt. Hör dir die mal an. Nein, ich kenne ihn nicht. Ich, auf alles, ich habe ihm kein Audio geschickt. Okay, Tana, hör mal. Mister, bist du prädisch, bist du dann? Hast du einen Moment? Wo du da, da ist der da. Ich schwöre, ich fand es lustig, ne? Wie viel Geld müsste man einem Influencer geben, damit er ein Hotchip isst? Fibi, was geht, alles gut? Moin. So sieht man sich wieder nach einem Jahr. Für wie viel Geld würdest du diesen Hotchip essen? 45 Euro. Bro, meine Frage an dich ist, wie viel Geld müsste man dir geben, dass du ein Hotchip isst? Taui. Das Ding ist, ich habe Angst. Er hat voll viele Subs bei mir da gelassen. Ich habe Angst, dass er das wirklich macht. Klar magst du es wirklich. Du würdest 1.000 geben? 1.000 wählen. Ja, dann bin ich. Ach so. Alle, er hat rausgeschnitten den Rest. Danach haben wir uns geeinigt auf 2K Subs. Auf 2K. Wo sind meine 2K-Fausskills? Ich hätte heute schon gegessen. 2K, meinst du ja? Morgen, aber wir haben uns nicht gesehen. Aber er ist korrekt. Fauskills ist korrekt. Ja, heute ist es schwierig. Was geht's, Hermi, Bruder? Löwe. Wie viel Geld müsste man dir geben, dass du ein Hotchip isst? Ich habe aktuell eine Magenschleimhautentzündung. 5 Euro. Nein, nein. 10.000, jetzt, ich esse ihn. Hermi, was geht's? Darf ich dich stören? Hi, Herr Kahn. Servus erstmal. Hi, Hermi. Ich habe eine Frage an dich. Ja, bitte. Für wie viel Geld würdest du einen Hotchip essen? Für 10 Euro. Und wenn ich dir 1.000 Euro geben würde? Würde ich es auch machen. Ja? Ja. Willst du ein Essen für 1.000 Euro? Hast du 1.000 Euro dabei? Nein. Oh, Spaß. Wie gibst du mir jetzt 1.000 Euro, wenn ich das esse? Ich mach dir Pyjama an. 1.000 Euro, du nimmst. Oder wie geh mir 1.000 Euro nimmst? Nein, ich will erst das Geld. Ich habe auch gesehen, sie hat ihn auch gegessen dann. Ich habe sie danach gesehen. Und sie meinte, sie hat 1.000 Euro dafür bekommen. Dann meinte sie, ich bekomme 2.000. Und dann war sie auf einmal sauer. Dann habe ich aber die 2.000 nicht bekommen leider. Also ich habe Vosk jetzt nicht mehr gesehen. Face Review in the future. Ich habe mich in der Vergangenheit gezeigt. Es ist nicht ein secret, wie ich sehe. Aber die letzte Mal, ich habe meine Face in der Internet gesehen, ist es halb Jahre alt. Und ich denke, ich will nicht mehr sehen, weil ich möchte meine Face wiederholen. Weil ich will, ich will, ich will, ich will, meine Privacy für die Zukunft. Ich habe eine Face Operation, so niemand weiß, wie ich sehe. Ich habe nur mein altes Gesicht. Jetzt habe ich ein dick nose. Ich habe mich in der Vergangenheit gezeigt, wie ich sehe, aber die letzte Mal. Unge, ich schwöre, das geht leider nicht mehr. Man kann das nicht andersrum machen. Er ist aber einer der bekanntesten YouTuber, Bruder. Danach kannst du dich auf Englisch umwechseln und denken, wir vergessen wieder. Oh, siehst du, oder? Immer überarbeitet sein oder nie etwas zu tun haben. Betrügen oder nie etwas zu tun haben, heißt ja auch nicht nur Arbeit. Das heißt, ihr habt nie irgendwas zu tun. Euer Leben wäre Arsch. Betrogen werden. Heilung für Krebs. Oder mit jemandem, den du hasst, auf einer Insel gestrandet sein. Mit jemandem, den ich hasse. Besser als gar keiner. Ich glaube, auf Ernst, wenn man mit jemandem, den man hasst, auf einer Insel wäre und den kennenlernen würde und so, man wird irgendwann anfangen, den zu mögen. Deiner Meinung nach der Unsympathie des Streamers? Boah. Nachdem ich persönlich kennengelernt habe, Elie. Elie? Warum? Weiß nicht, war ein bisschen kacke zu mir. Deine Meinung nach der Unsympathie des Streamers? Bachelor Baby. Warum? Er triggert mich einfach. Was ist deine Meinung nach der Unsympathie des Streamers? Ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Die meisten fragen immer nach einem Lieblingsstreamer. Unsympathie des Streamers stand jetzt. Das ist tatsächlich Sebastian a.k.a. Reminds halt. Warum? Einfach seine Art. Das mag ich nicht. Deiner Meinung nach der Unsympathie des Streamers? Okay, krass. Ich hätte nicht gedacht, dass Noah Ernst darauf antwortet. Den unsympathischen Streamer, den ich am unsympathischsten finde, ist... Äh, Reefd. Das mag ich nicht.